Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute stellen wir euch die Heiler aus Wrath of the Lich King vor und ordnen diese auf die Plätze 1 bis 5. Es sei vorweg gesagt, dass ihr jeden Heiler problemlos spielen könnt und jeder seine einzigartigen Vorteile mit sich bringt. Die Klassen unterscheiden sich vor allem in Raid Buffs und ausrichtungsspezifischen Vorteilen. Wenn euch das Video gefällt, lasst uns doch gerne direkten Daumen nach oben und ein Abo da. Vielen Dank und viel Spaß beim Video. Auf Platz 5 befindet sich bei uns der Heiligpriester. Im Grunde genommen spielt sich dieser ähnlich wie auch noch in der Burning Crusade, nur das dessen Toolkit an Fähigkeiten nochmal zugenommen hat. Ihr seid immer noch ein starker Gruppenheiler, obwohl Kreis der Heilung nun 6 Sekunden Abklingzeit hat. Mit der Glüh für Kreis der Heilung heilt ihr allerdings ein zusätzliches Ziel. Ihr könnt nun Gebet der Heilung auf einen Mitspieler zaubern. Dadurch wird dieser und seine komplette Gruppe geheilt, anstatt nur eure eigene. Außerdem bekommt ihr mit dem neuen Level 51 Talent Schutzgeist eine Versicherung auf zum Beispiel euren Tank. Dieser erhöht ihr halt eine Heilung des Ziels um 40% und verhindert, dass das Ziel sterben kann. Sollte euer Ziel auf null Gesundheit fallen, wird dieses automatisch um 50% geheilt. Das Ganze hält 10 Sekunden an. Zudem habt ihr noch Fähigkeiten wie euer Gebet der Besserung, was fleißig durch den Rage bringt und Ziele bei einem Treffer heilt. Oder natürlich die jedem bekannte Einzelzielheilung, Blitzheilung und große Heilung. Nicht zu vergessen, eure Erneuerung als Heilungsüberzeitzauber, die via Talent Macht erfüllte Erneuerung zudem direkte Heilung verursacht. Dank Inspiration erleidet euer Ziel 10% weniger körperlichen Schaden, nachdem ihr es mit einem kritischen Heilsauber getroffen habt. Euer Brunnen des Lichts macht zudem etwas mehr Sinn, da die erhaltene Heilung nur nicht mehr sofort abbricht, wenn ihr Schaden bekommt. Dies geschieht nun erst, wenn ihr Schaden in Höhe von 30% eurer gesamten Gesundheit erleidet. Mit dem Talent verzweifeltes Gebet habt ihr nun außerdem eine aktivierbare Selbstheilung als Spontanzauber. Als Heiligpriester bringt ihr dem Raid Willenskraft mit göttlicher Wille, Ausdauer mit Wachtwort Seelenstärke sowie Mana Rückgewinnung durch Hymne der Hoffnung. Die Mana Rückgewinnung allerdings auch nur bei drei Schlagzugsmitgliedern gleichzeitig. Zudem muss die Hymne der Hoffnung kanalisiert werden, sodass der Priester währenddessen nichts tun kann. Alle drei Raid Buffs können ebenfalls von Nicht-Heiligpriestern abgedeckt werden. Im Allgemeinen ist der Heiligpriester vermutlich der abwechslungsreichste und flexibelste Heiler, der gut Gruppen aber auch mal problemlos den Tank heilen kann. Auf Platz 4 sehen wir den Wiederherstellungsschamanen. Der Schamane ist nach wie vor ein extrem guter Gruppenheiler, allerdings wurde seine Fähigkeit einzelne Ziele am Leben zu heilen deutlich verbessert. Das ist vor allem folgenden Dingen geschuldet. Als 51er Talent bekommt ihr Springflut. Dieses heilt ein freundliches Ziel direkt sowie anschließend 15 Sekunden über Zeit. Eure nächste gewirkte Kettenheilung auf das mit Springflut betroffene Ziel zehrt den Effekt auf, erhöht allerdings die Heilung von Kettenheilung um 25%. Außerdem wird dank dem Talent verbessertes Erdschild die Aufladung von Erdschild um 2 erhöht und hat somit 9. Mit der Glyphe Erdschild kann zudem der Gehaltewert davon nochmals um 20% erhöht werden. Was euch aber vor allem zugute kommt, ist das ganz unten im Talentbaum zu findende Talent Flutwellen. Hierbei wird eure Zauberzeit von Welle der Heilung um 30% verringert und die Chance auf einen kritischen Effekt von geringer Welle der Heilung um 25% erhöht, nachdem ihr eine Kettenheilung oder Springflut gewirkt habt. Der Effekt Flutwellen hat dabei zwei Aufladungen. Das ganze macht euch deutlich flexibler, da ihr nach einer Kettenheilung oder einer Springflut noch einfacher den Tank am Leben halten könnt. Eure Gruppenheilung ist und bleibt aber nach wie vor grandios. Vor allem, da ihr mit der Glyphe der Kettenheilung ein zusätzliches Ziel trefft. In 25er Raids werdet ihr zudem immer euer Heiltotem anstatt das Mana-Totem stellen können, da der Mana-Buff vom Paladin abgedeckt wird und dieser nichts deckt. Mit eurem Heiltotem sowie dem Talent Regenerations-Totem, was den Gehaltenwert des Totem des heilenden Flusses um 45% erhöht, sowie der Glyphe-Totem des heilenden Flusses, was skalierend mit dem Talent das Ganze um weitere 20% erhöht, habt ihr eine enorme indirekte Heilung auf eure Gruppe. Um den Schamanen abzurunden, habt ihr mit Kraft der Gezeiten noch einen Cooldown für brenzlige Situationen. Nach dem Aktivieren erhöht dieses die Chance auf einen kritischen Effekt von Welle der Heilung, geringe Welle der Heilung und Kettenheilung um 60%. Jeder kritische Treffer verringert allerdings die weitere Chance um 20%. Ihr habt zudem wie auch der Heiligpriester ein Talent, welches den erlittenen körperlichen Schaden des Ziels für 15 Sekunden um 10% reduziert, nachdem ihr es mit einem kritischen Heilsauber getroffen habt. Als Heilsjamane habt ihr natürlich auch immer Kampfrosch im Gepäck, der nun sogar Raidweit wirkt. Mit Totem der Erdstärke gibt es Beweglichkeit und Stärke, das Totem der Flammenzunge bringt Zauberschaden und Heilung mit und das Totem des stürmischen Zorns, 5% Zaubertempererhöhung sowie Mana-Regeneration dank Totem der Mana-Quelle. Wobei man hier eher das Heiltotem für die Gruppe stellt, da der Mana-Rack wie gesagt schon vom Parler abgedeckt wird. Einer der wichtigsten Cooldowns ist hier noch das Mana-Flut-Totem, welches 24% des gesamten Manas bei allen Gruppenmitgliedern wiederherstellt. Der Schamane ist ein starker Burstheiler und kann, wenn er möchte, binnen ein paar Sekunden extrem viel Heilung rausballern. Sein Mana-Flut-Totem ist außerdem sehr stark und ihr macht alleine dadurch das Leben eurer Heilerkollegen deutlich einfacher. Er ist allerdings nicht unbedingt mobil. In diversen Bosskämpfen hat er dadurch einen Nachteil, da er schlicht und ergreifend immer stehen bleiben muss. Springflut und Schnelligkeit der Natur mal außen vor gelassen. Zudem können die meisten seiner Raid-Buffs auch von anderen Nicht-Heilschamanen abgedeckt werden. Auf Platz 3 folgt in unserem Ranking der Druide. Er bekommt in Wrath of the Lich King als 51er-Talent eine Gruppenheilung namens Wildwuchs. Mit dieser heilt ihr in einem Umkreis von 15 Metern 5 Raid-Mitgliedern über 7 Sekunden mit einem Heilungsüberzeiteffekt. Die Heilung erfolgt anfangs schnell und wird dann mit zunehmender Dauer von Wildwuchs langsamer. Hierbei kommt nun vor allem das Talent Revitalisieren ins Spiel, welches euren Zauber verjüngen und vor allem euren Wildwuchs die Chance von 15% verleiht, pro Tick 8 Energie, 4 Wut, 1% Mana oder 16 Runenmacht wiederherzustellen. Alleine dadurch lohnt es sich einen Wiederherstellungs-Druiden mitzunehmen, da er somit den Schaden des kompletten Raids erhöhen kann und sogar Mana bei zum Beispiel euren Heilern wiederherstellen kann. Die Glyphil Wildwuchs erhöht das Ganze zudem um ein weiteres Ziel. Außerdem hat der Heil-Druide eines der besten Mana-Managements, sodass es diese nur schwer schafft ohne Mana dazustehen. In den meisten Fällen kann er dabei sogar sein Anregen einem anderen Heiler verteilen, was ein riesiger Vorteil für den Raid ist. Sein Mana-Haushalt liegt vor allem daran, dass oben in der Klarer Sicht nun auch durch Heil-Zauber ausgelöst werden kann und damit der nächste Zauber kein Mana kostet. Kommen wir nun aber zum Besonderen. Blühendes Leben gibt euch Mana zurück, wenn dieses abläuft oder gebannt wird. Wenn ihr also ein blühendes Leben bei einem Freizauber raushaut, kostet das blühende Leben kein Mana, gebt euch jedoch nach dem Auslaufen um die 400 Mana zurück. Zudem kann er im Kampf dank Wiedergeburt alle zehn Minuten einen Spieler wiederbeleben. Mit seiner Reise- und Katzengestalt bzw. der Fähigkeit Sprint ist er extrem mobil und kann schnellstmöglich nach Bedarf andere Knotenpunkte des Bosskampfes erreichen. Zudem verringert der Baum des Lebens nicht mehr seine Laufgeschwindigkeit. Mit seiner neuen Fähigkeit Pflege wird außerdem seine Möglichkeit als Tankheiler verbessert. Mit dieser wird das Ziel direkt geheilt, ähnlich wie auch bei der heilenden Berührung. Hinzu kommt, dass die erhaltene Heilung um 20% erhöht wird, wenn das Ziel mit Verjüngung, Nachwachsen, Wildwuchs oder blühendes Leben betroffen ist. Dazu gibt es noch die Glüh für Pflege, die für jeden Euro auf das Ziel gewirkten Effekte die Heilung über Zeit verursachen, die Heilung von Pflege um 6% erhöhen. Hinzu kommt, dass ihr mit rascher Heilung noch einen Notfallzauber am Start hat, der schnell einiges am Leben wiederherstellen kann, da ihr direkt eure Verjüngung oder Nachwachseneffekt auf dem Ziel verbraucht und diesen um den restlichen Betrag des Notfallz heilt. Habt ihr allerdings die Glüh für rasche Heilung, dann wird euer Nachwachsen bzw. Verjüngen nicht mehr verzerrt. Neben dem Anregen, den im Kampf wiederbeleben und der Ressourcen wiederherstellung von Revitalisieren, habt ihr noch die Gabe der Wildnis, welche allen Spielern 750 Rüstung, 37 Punkte auf alle Werte sowie eure Resistenz um 54 erhöht. Auf dem zweiten Platz sehen wir den Disziplinpriester. Er ist im Gegensatz zu den anderen Heilern vor allem dafür da, präventiv mit seinem Machtwort Schildschaden zu vermeiden. Neben der Schadensabsorvation bringen die Schilde einige andere markante Vorteile mit sich. Mit dem Talent Euphorie gewährt ihr jedem Ziel, welches ihr mit eurem Schild trefft, 2% Mana, 8 Wut, 16 Energie oder 32 Runen macht. Der Effekt kann dabei allerdings nur alle 12 Sekunden auftreten. Das Ganze erinnert sehr an das Revitalisieren Talent des Druiden. Zusätzlich erhaltet ihr als Disziplinpriester Mana zurück, wenn das Schild gebannt oder durch absorbierten Schaden beendet wird. Mit dem Talent Erneute Hoffnung verringert ihr nach dem Wirken eines Schildes den kompletten Raidschaden um 3% und das sogar für eine Minute. Göttliche Ergis hüllt euer Ziel in ein schützendes Schild, wenn ihr dieses mit einem kritischen Heilsauber trefft. Das Schild absorbiert Schaden in Höhe von 30% des gehalten Wertes. Mit der Glühve-Machtwort Schild heilt euer Schild zudem 20% des absorbierten Schadens. Dadurch gewährt ihr jedem geschilderten Mitspieler, der Schaden absorbiert hat, eine kleine Heilung. Als 51er Talent erhaltet ihr Sühne. Es schleudert eine Salve an heiliges Licht auf euer Ziel, die bei jedem Treffer heilt. Hinzu kommt, dass ihr sie außerdem auf Feinde anwenden könnt, wo sie allerdings Schaden verursachen. Mit Sühne habt ihr einen direkten Heilzauber, den ihr so gut geht auf Cooldown haltet. Als Gruppenheilung benutzt ihr Gebet der Heilung. Diese Fähigkeit wurde geändert, sodass ihr nicht nur eure Gruppe heilt, sondern die Gruppe des Ziels, auf der ihr Gebet der Heilung anwendet. Mit der Glühve-Gebet der Heilung bekommt jeder getroffene Spieler noch einen Hot, der 20% des Gehaltenwertes entspricht. Allein mit eurem Talent Euphorie, welches diverse Ressourcen wiederherstellt, bringt ihr dem kompletten Raid einen Schadensvorteil. Als weitere Raid-Buffs bringt ihr Willenskraft mit göttlicher Wille, Ausdauer dank Gebet der Seelenstärke, 20% mehr Zaubertempo und 20% weniger Mana-Kosten für 15 Sekunden für einen Spieler dank Seele der Macht, sowie einen Mana-Reck durch Hymne der Hoffnung für drei Spieler, was allerdings kanalisiert werden muss. Zu guter Letzt habt ihr noch mit Schmerzunterdrückung einen starken defensiven Cooldown, der acht Sekunden lang jeglichen einkommenden Schaden um 40% reduziert, allerdings auch die Bedrohung um 5%. Es gibt in Raids genügend Situationen, wo Schmerzunterdrückung auf einen Nicht-Tank gecastet werden kann und sollte. Ganz oben auf dem Treppchen befindet sich der Heilig-Paladin. Wenn man oberflächlich das Komplettpaket betrachtet, spielt ihr mit diesen den besten Heiler aus Wrath of the Lich King. Mit dem 51er-Talent bekommt ihr die Flamme des Glaubens, bufft ihr diese auf ein Ziel und heilt anschließend in Raid, wird der Spieler mit der Flamme um 100% mitgeheilt. Der geheilte Spieler muss in 60 Meter Entfernung zur Flamme stehen, was allerdings in Raids meistens kein Problem darstellen sollte. Dank der Flamme des Glaubens und vor allem der Glyphe Heiliges Licht könnt ihr deutlich besser mehrere Ziele heilen. Die Glyphe gewährt eurem Zauber Heiliges Licht den Effekt, dass dieser 5 weitere freundliche Ziele im Umkreis von 8 Meter zu einem Betrag von 10% der gewirkten Heilung mitteilt. Zum Mana-Reck habt ihr göttliche Bitte. Ihr gewinnt mit diesem binnen 15 Sekunden 25% eures gesamten Manas. Euer Zauber Lichtblitz, Heiliges Licht und Heiliger Schock machen jedoch in besagter Zeit 50% weniger Heilung. Ihr habt zudem göttliche Eingebungen, die 15 Sekunden lang alle eure Mana-Kosten um 50% reduziert, sowie das Talent Illumination, welches euch bei einem kritischen Treffer 30% der Grundkosten des Zaubers zurückgewinnen lässt. Hinzu kommt das geheiligte Schild. Das ist ein Buff, welches euer Ziel für 60 Sekunden bei erlittenem Schaden ein Schild gewährt, welches 500 Schaden absorbiert und zusätzlich die Chance des Paladins mit Lichtblitz einen kritischen Treffer zu erzielen, um 50% erhöht. Ihr habt außerdem noch zwei Raid-Cooldowns mit Heiliger Opferung, welches dank dem Talent Heiliger Wächter 20% des kompletten Raid-Schadens verringert, sowie Aurenbeherrschung, die den kompletten Raid mit Hilfe von Aura der Konzentration 6 Sekunden lang immun gegen Unterbrechungs- und Stilleeffekte macht. Eure Palaflügel oder auch zornige Vergeltung genannt, erhöhen nun auch die Heilung. Somit könnt ihr alle drei Minuten für 20 Sekunden eure komplette Heilung um 20% erhöhen. Des Weiteren habt ihr mit Heiliger Schock einen Spontanzauber, der nur 6 Sekunden Abklingzeit hat und mit Handauflegen einen Notfallknopf, der das getroffene Ziel sofort um einen wehrt, welcher der maximalen Gesundheit des Paladins entspricht, heilt und zu dem Mana wiederherstellt. Dank dem Talent verbessertes Handauflegen wird 15 Sekunden lang der erlittene körperliche Schaden um 20% reduziert. Neben all dem bringt ihr noch eure Buffs wie Segen der Könige mit, der 10% aller Werte erhöht, Segen der Macht für 550 Angriffskraft oder zum Beispiel Segen der Weisheit für Mana Regeneration. Wenn ihr außerdem eure Siegel richtet, kann der komplette Raid dank Richturteil der Weisheit bei Treffer, Mana oder mit Richturteil des Lichts Gesundheit wiederherstellen. Bevor wir zum Fazit kommen, kurz Werbung in eigener Sache. Wenn ihr uns supporten wollt, dann könnt ihr bei uns YouTube Mitglied werden. Dadurch erfahrt ihr immer, wann welches neue Video erscheint, habt bei manchen sogar frühen Zugriff, werdet im Outro erwähnt und bekommt in den Kommentaren eigene Emojis, die nur ihr verwenden könnt. Zudem erhaltet ihr neben eurem Namen ein Mitgliedssymbol, welches sich je nach Länge der Mitgliedschaft verändert. Die Mitgliedschaft ist außerdem binnen wenigen Klicks wieder kündbar. Vielen herzlichen Dank für euren Support und vor allen ein dickes Danke an alle bisherigen Mitglieder. Wenn uns jemand fragen würde, mit welchem Heiler finde ich am besten einen Raidspot, dann würden wir genau diese Reihenfolge aufzählen. Allerdings hat jeder Heiler und jede Skillung seine absolute Daseinsberechtigung. Die einen mehr, die anderen halt etwas weniger. Der eine bringt etwas mehr für den Raid, der andere wiederum drückt dafür etwas mehr Heilung. Der Heiligpaladin hat einfach alles, was man möchte. Von reinem Heilungsoutput bis hin zu etlichen Buffs für den Raid samt Gruppenheilung. Einziger Laien, die Mobilität lässt etwas zu wünschen übrig. Der Diszi ist kein klassischer Heiler und hat vermutlich eine der einfachsten Rotationen, da ihr zu 80% nur am Schilde verteilen seid. Da diese aber Ressourcen wie Wut, Energie, Mana etc. generieren und dazu noch etliche andere Vorteile mit sich bringen, wollt ihr immer einen dabei haben. Mehr als einen Pro Raid macht allerdings auch keinen Sinn. Der Druide ist allein dank seinem Talent Revitalisieren, welches Ressourcen wiederherstellt, ein absoluter Mehrwert und ist im Allgemeinen der beste und mobilste Gruppenheiler. Des Weiteren hat er starke Vorteile wie zum Beispiel Anregen oder Wiederbeleben im Kampf. Der Schamane hat einen extrem guten Burst Heal und bringt zusätzlich tonnenweise an Raid Support wie Kampfrausch, Manaflut oder diverse Verstärkungstotems mit. Solltet ihr einen Heiligpriester spielen wollen, empfehlen wir euch unbedingt im Dualspec den Diszi-Bomb zu wählen. In keinem 25er Raid ist es sinnvoll, mehr als einen Diszi-Priester mitzunehmen. Sollte also der Diszi schon abgedeckt sein, habt ihr immer noch die Chance als Holy mitzugehen. Dieser ist dank seiner Flexibilität ein grandioser und vor allem mobiler Heiler zum Auffüllen. Vor allem, wenn schon ein Paladin und ein Diszi vorhanden sind, spricht überhaupt nichts dagegen, einen Heiligpriester mitzunehmen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch gerne einen Daumen sowie ein Abo da. In diesem Sinne, viel Spaß in WUTLK und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen, man weiß ja nie.